Wir brauchen... Wie kommen wir denn jetzt an einen Diamond Tast? Das ist jetzt doof. Ah, ok. Vergisset. Die haste haben ja genug. Wo ist der Crusher? Müsste der sein? Jawoll. Ein Diamond Tast und... Ich habe ja die letzten Reinforced Machine Casings. Sehr schön. Weißt du was ich dafür habe? Was? Ich habe ein Glasverdreck, ich habe ein Glasverdreck... Ok nein, auf dieses Niveau würde ich nicht schon wieder runter. Oder ihr soll doch diesen Hirntot. Ich habe eine Diamond Saw Blade, ich habe eine Diamond Saw Blade. Okay. Oh, ich kann dich nicht rasieren. Müsste aber auch mal... Irgendwie müsste man das auch mal bringen. Ja, was hast du denn für einen Rasierer? Ja, ich habe das und das hochtechnologisiert. Und du sagst du? Ja, ich habe eine Diamantsägelblatt. Läuft. Ja, ich habe einen Mann, ich habe eine Irgendwie werde ich entweder gerade getrollt oder... Das war es aber gerade auch nicht in meinem eigenen Ne. Ich kann gerade nichts machen! Das ist scheiße für dich. Ah, warte mal. Ja, jetzt ist mir gerade mal was aufgefallen. Ich würde hoffen, dass die Aufnahme jetzt eigentlich abbricht. Sehr schön. Oh, sehr schön. Ganz toll. Mach weiter so. Wieso? Weiß, ob mein Bezieher gerade macht? Was? Er meint ausgerechnet jetzt eine Sicherung von meiner externen Festplatte zu machen. Läuft? Ich schätze mal, dass es daran lag, dass es irgendwie so gehakelt hat. Ah, ist aber immer noch teilweise. Nee, es hängt immer noch ein bisschen hinterher. Ich schau mal gerade, wie mein Ping ist. Oh, ich habe schon wieder einen 32er Ping. Also, ich würde es am Server liegen. Oder zu der Verbindung von mir zum Server. Ah. Da fehlen noch. Haben wir irgendwo noch Kabel? Welche brauchst du? Die Redstone... Na, wir heißen die Teile wieder. Weißt du eine Energy Conduit? Äh, nee, ich glaube, du musst eine neue machen. Okay. Da hole ich meine Geheimwaffe raus. Crazy Sixth Thing. Nee, besser. Energy Conduit. Ah, okay. Ein Stil hier. Wollen wir da unten? Ne Maschinenhülle. Und damit ist die Plate Cutting Machine fertig. Los, ich bin nämlich so dumm wie ein gewisser Herr hier, der bei dem Spum gemacht hat. Hey, lass mich. Konntest du ja nicht wissen. Bist ja nicht so Quack-Tec orientiert. Und zwar brauchen wir noch einen Transformer Upgrade. Einen Transformer... Einen V-Transformer. Ah, das ist ja noch hier. Machen wir das mal neu. Basic Machine Casing. Ampher Transformer. Und ein Circuit. Machen wir mal ein paar mehr. Machen wir mal zwölf. Wo zur Hölle muss eine Energie angeschlossen werden? Bei einem Implosed Compressor? Ähm, die kann irgendwo in... Aros. Ja, ja. Und... Er will nicht dran. sieht schön aus und abgebaut so wo knackt man die mal hin natürlich habe ich jetzt das kabel vergessen und welches kabel muss dahin oh du besserst dich plate cutting machine ist dran so in der plate cutting machine können wir glowstone in platten umwandeln die wir messeraten können ich liebe solche rezepte oder kriegen aus drei glas acht glasscheiben aus slab oak planks und ach ich schau jetzt gar nicht nach kriegen copro nickel gt nein nein ich frage jetzt nicht ich frage jetzt nicht was im kopf von dem Herrn gregorius vorging es wird mir einfach nur noch langsam zu blöd ja und so weiter und so fort so die plate cutting machine steht so damit wäre machine 2 schon fertig und wir sind uns glaub ich auch schon in der zweiten folge in folge 98 ja dürften schon drin sein gut dann brauchen wir jetzt die nächste maschine und zwar nun wenn man mal schaut wir haben hier einen messerator wo ist er da und da den rock wasser wenn man mal sieht messerator so eine kleine maschine aber kommen keine zusatzprodukte raus rock wasser so eine große maschine kommt zu das produkt heraus aber nicht so klein wie der messerator da gibt es auch noch eine möglichkeit ich suche den universal messerator der universal messerator ist ein messerator pulverizer und ein rockcrusher in einer maschine und man sieht schon wir brauchen da schon noch einiges wir brauchen titan platten ein automatic messerator und eine titanium maschine oder tankstil stil und wolframium grinder oder diamond grinder klingt jetzt verdammt viel ist es aber eigentlich gar nicht ganz so haben wir sogar noch titan platten hat er noch etwas schon übergemacht also sechs platten an sich und dann noch acht für die hülle die maschine das dauert jetzt einen moment dann können wir in der zeit schon mal den messerator bauen das ist lustig so der implosion kompressor läuft sehr schön also hau ich doch mal das das industrial tnt und den iridium alloy ingold rein ja Warte 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 abamental ich hatte das ist für die große el creoste das beste wenn wir es dann rein schauen LGS rein und das willぇ die gibt davon und dann dann haben aber auch ein Geräusch ja ich hab's von mir von der Haupt da kann man richtig schön da schon zu retten die Rede immer noch mehr so wie vorstellt war die Pro aber Hauptsache vielen Tief und er zieht vor Verbrauchten und erzieht und es gibt uns anstrengungen und platt nur okay wieder so als erneut vertreten okay damit die die rechnung im vortrag wenn man sehr nicht umfragen brauchen wir den Messerwetter eigentlich noch Prozent eigentlich nicht mehr um nein hatten wir für große Vorteile gegen das zu der andere Maschine der Universal Master Vector das ist Markwasher Provisor und das ist er dann einen Block also ich dachte du sprichst jetzt von Universal Master Vector wo du nicht machen wolltest alle zeitlich verstanden aber das war noch ein einatmen das das gefällt mir DOS approves that shit oh die wünsche ich am Inventar so wenn der jetzt noch mal kommen könnte... sofort der Electric... äh mein Gott der Universal Messwert ist auch fertig und ich hab Lapisdusten im Inventar wir bräuchten jetzt aber noch mal ein Transformer Upgrade ja, ein Red Transformer Upgrade ich mach das noch gerade fertig, dann komm ich sofort zu dir ja ich steh gleich neben dir da, was willst du? fau mal rein ja was, stell mir auf endlich was ich check's gerade nicht, was willst du von mir was du in der Hand hast ach so nice weißt du wofür das das entscheidende Teil ist? AESU? ja ja, das war unser Geheimnis, er wollte die ganze Zeit eine AESU bauen jetzt brauchen wir noch den den Computer Cube ah, das sollte aber nicht das Problem sein, oder? vielleicht schlag ich dich tot Moment, hast du noch Kupferkabel? ja, hab ich ja, hab ich warte, was ist der? so jetzt war's ein bisschen zu lang, sonst hab ich schon wieder eine Stack neu gemacht egal, wenn wir immer gebrochen können egal, wenn wir immer gebrochen können transference, Jim okay ja, Hardcore Ender Expansion klingt auch nach einem interessanten Mod naja, so interessant ist er auch wieder nicht ja, sag mal so das ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung ins Ende zu gehen, weil ich hab mir das mal angeguckt und der Händerte ey ähm ich hab's grad gemerkt ich hab den Schrecken meines Lebens bekommen ich höre ja grad nur noch, als ich schlage ich schon Explosion, ich denke nur Scheiße ach ja gut, Universal Massivator ist fertig du musst schon sagen, seitdem wir die Rüstungen haben, schlagen wir uns viel weniger ja oh, das ist ja geil ey, Christian ja wir haben drüben noch die Bronzer Maschinen, das ist ein Bronzer-Zeitalter von Wagtag, ne? ja die können wir jetzt recyceln äh äh da kriegen wir Bronzer das wieder raus I love it schauen wir den Universal Massivator dauert zwar einen Moment länger, aber ja ganz ehrlich scheiß drauf, Jambo brauchst du das? können wir den iPad schauen? nö können wir den? nö 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 nö